Hallihallo und willkommen zurück liebe Freunde hier ist der Scout der hier rumtanzt und tänzelt und ich so ist es ich bin da der Scout und damit auch der ja wie soll ich sagen der Macher die Koryphäe das Idol was jetzt hier vertreten ist das bringt gar nicht so schmeißen oder oh nein das ist geil das bringt was in Gruppen also dann kann man die in Gruppen so auseinander treiben weißt du okay keiner mehr ja so Forge Quest spielen wir immer noch mal wieder Forge Quest heute eine neue Folge kaputt du ja gut also klar das ist natürlich so eine Sache mit dem Forge Quest so boah das habe ich gebraucht das Herzchen das war gut und das Schöne ist das Spiel macht sogar ein bisschen Spaß also anders als alle anderen Spiele die so gespielt werden auf dem Let's Play Kanal macht dieses Spiel sogar Spaß so oh wieso kriege ich eigentlich die ganze Zeit den Schaden ne ja weil du du bist der Krieger der Mage kriegt keinen Schaden also sollte nicht Mann 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 ne keine Ahnung von solchen Spielen ne ne der Krieger ist immer der Tank der muss immer den Schaden aushalten ist mir doch egal Oh, da ist Skull getroppt. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Dann kommt jemand hier mit. Ah, da wurde angegriffen. Von beiden. Oh, der wurde geil. Ja, oh, das ist der. Oh, das ist der neuer. Hast du mich heulen hören? Vielleicht? Siehst du mal. Weg da. Ich möchte meine, ich möchte mein Gold haben. Geh weg. So, das war's. Jo. Sehr gut. Es beginnt direkt mit deinem König. So, den haben wir. Liebe Freunde, ich hoffe wirklich, dass dieses Ding hier keine acht Etagen hat. Das ist ja ein bisschen viel. Das ist auf jeden Fall sehr viel. Oh, ja. War ich zu optimistisch. Allerdings. So, oh, das ist noch Gold. Hä, zack. F-Gold nehme ich natürlich gerne mit. Ja, die haben wir schon. Okay. Jo, dann, wieder mal querfeldein, genau. Oh, hier geht's hoch. Nice. Warst du ein bisschen hoch, ne? Ja, klar bin ich hochgegangen und habe einiges schon besiegt. So. Hui, ein König. Hui, ein König. Heute ein König. Genau. So. zack, wir vernichten einfach alles. Sicherlich. Zack, 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 zack. Sehr schön. Sehr gut sieht das aus. Sehr gut. Ja, liebe Freunde, was ihr natürlich nicht wisst, wir hatten jetzt zwischen der letzten und dieser Folge mehrere Jahre Pause eingelegt von diesem Spiel. Natürlich. Darum erscheint es ja auch am, weiß ich nicht, neunten Tag oder so der Let's Play-Folgen. Alter, ey. Oh, oh, das war nicht gut. Oh. Ja, ich bin jetzt auch schon tot. Er hat mich runterge... Shit, shit, shit. Ja, ich habe eher das Problem, dass ich auch gleich tot bin. Oh, er hat auch mal ein Problem, ja? Interessant. Ich habe ich. Ich bin tot. Uiuiui, okay, ich brauche definitiv... muss ich einmal die 8 drücken... und kriege etwas Leben wieder. Du hast... ... died... Du hast died. Das ist ja der Nächste, mein Gott. Ist da noch einer raus? Natürlich. So. Das war es aber. Oh, da oben ist echt Betrieb. Alter, du bist ja schon Floor 3, ey. Wie komme ich denn zu Floor 3? Hier, hier runter? Oh, da habe ich aber gerade richtig geil gekämpft. Ja, das war schön, dass du dir jetzt die XP holst, während du mich hast verrecken lassen. Ja, genau. Ich habe dich verrecken lassen. Ja, hast du ja auch. Wieso bist du denn da nicht so viel korrekt? Ja, genau. Ach, komm, hör doch auf jetzt. Das reicht aber. Ach, kacke, ey. Du musst da wieder hoch jetzt. Dich hebe ich nochmal auf, wenn was ist, ey. Oh, das ist ein Herz, denn sehr gut. Zack, 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 zack. Den auch noch. Bin ich wieder voll. Ups. Bist du denn jetzt? So, das war gut. Ich krieg dir das scheiß Buch nicht weg, ey. Das braucht Magie. Ah, und da muss ich warten, bis die Magie aufgeladen ist. Mein Buch reife ich ja auch an. So. Das ist aber gerade viel, wirklich viel. Was, äh. Na, von hier oben kann ich die wenigstens ganz gut bekämpfen. Dass wir jetzt hier aber an ganz anderen Stellen sind, ist schlecht wegen Loot. Das stimmt. Warum bist du denn nicht auch wieder da, wo du verreckt bist? Ja, eigentlich dachte ich, ehrlich gesagt, dachte ich, das wäre hier gewesen, wo ich jetzt bin. Weh. So. Das ist gut. Ja, wegen Wut ist, äh, eine berechtigte, ein berechtigter Einwand, ne? Hier geht's runter. Hab ich das auch schon mal gefunden? Tja, Scout, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Du bist dann an einer ganz anderen Stelle. Ja. Komischerweise, ja. Ist hier noch irgendwas Gutes, eigentlich? Ist hier noch irgendwas Gutes? Nö. Was sind das denn? Das sind Mäuse. Mäuse? Okay. Das sind doch kleine Mäuse, irgendwie. Ja, ja. Ja, ja. Sicherlich. Ich glaube, das sind Hühnchen. Ah, ja, ja, die sehe ich auch, ja. Oh, ich muss nicht regenerieren, Devi. Ich habe nur noch elf Health. So. Elf Health. Health Angels. Naja. So. So, du hast ja alles, ja gut. Dann sammel ich mal, ne? Ja, und ich muss irgendwie dahin, wo du eben warst. Ja. Das kannst du ja suchen, ne? Genau, da musst du irgendwo hoch. Ja, Mann. Weißt du, ich habe verkackt. Ich bin gestorben, ja? Und zur Strafe werde ich jetzt von dir auch noch hier so geschnitten. Also, das ist, naja. Ja, zur Strafe, ne? Du hättest einfach wieder dahin kommen können, ne? Wo du gestorben bist. Ich dachte, das wäre die Stelle gewesen, wo ich gestorben bin. Na, denken, denken, ne? Hast du eigentlich die nächste Leiter schon funiert? Ja, ja. Das ist auch da, wo der ganze Loot liegt. Ist er quasi fertig hier. Quasi. Ach, ist viel. Viel Stuff, was hier rumliegt. Viel Gold. Ja, deswegen lässt der Herr auch ein paar Wölfe stehen für mich. Nö, eher nicht. Ist auch einer. War hier noch. Wirklich. Ja, oder ein Hühnchen, ne? Scout. Ja gut, das ist ja nur noch legitim. Ein Hühnchen, das ist ja auch okay. So, dann können wir eigentlich hochgehen. Wir haben ja alles. Das Gold nehme ich natürlich noch mit. Hier ist noch eine Stelle, wo wir auf jeden Fall beide noch nicht waren. Weil hier sind Kisten und alles noch. Was denn du? Bist du unten? Ne, ich deck gerade noch auf auf der Map. Okay. Da könnte ich noch mal kurz hinlaufen. Das ist nämlich noch was Schönes. Hier hoch, genau. Da, guck mal. Woll. Guck mal, was der Scout da so macht. Der ist hier irgendwo da oben drauf anscheinend. Komm ich da irgendwie hoch? Ja, hier. Ja. Ja. Das ist gut. So, jetzt brauch ich den Aufstieg hier zum nächsten Ding. Den runter meinst du? Ja. Ja, links unten da, die Treppe hoch. Wo du auch den Loot eben abgeholt hast. Da liegt mein Loot noch da oben. Du bist hier rauf. Hier und hier rauf. Ja, ja, komm hinterher. Da liegt auch Loot. So. Und hier kannst du jetzt erstmal deinen Loot abholen. Hier oben. Wenn das hier noch liegt von dir. Ja, hier liegt viel. Na dann. Und dann siehst du ja, hier ist der Abgang. Ja, aber ich muss doch da oben lang. Da ist auch noch überall Lütchen. Dann komm ich mal mit. Guck mir ja an, wie du blöd rumläufst. Ja lustig. Um ans Lüt zu kommen. Das sieht schon ein bisschen bescheuert aus, aber gut. Ja, nee, ist ja auch in Ordnung, ne? Können wir jetzt auch dabei belassen. Hier ist nix mehr. Das hatte ich ja alles selber schon gemacht. Hier war ich ja wahrscheinlich irgendwo gestorben oder so. Und hier geht's runter. Wow, jawohl. Und deine Plattform. Das heißt, ja, Dungeon 4. Mittelgegner. Irgendwo, denke ich mal. Ich weiß nur noch nicht wo. Oh, neuer Gegner. Normalerweise dauert es ja nicht lange bis zum Gegner, ne? Auf den Ebenen. Obwohl doch, das kam nur mal direkt. Ja, oder war das nur beim letzten so. Ja, man weiß halt nicht. Dass es dann vielleicht doch ein bisschen anders sind. Vielleicht gibt es ja auch nur vier Ebenen insgesamt, ne? Und wir kriegen jetzt gleich den Endgegner. Man weiß es nicht. Die Endgegner besteht natürlich, aber eher, ähm, wahrscheinlich nicht. So. Sehr gut. Äh, hier sind Kisten ohne Ende. Hier auch. Zack. Wenn man immer noch mal vorbeiläuft, weil in der Hoffnung... Oh, was war das denn? Ganz komisches Geräusch gerade irgendwie. Oh, hinter uns! Wow! Oh, no! Was denn? Ja, das sind die, was in dem anderen Ding, die, äh, der, der Dreckhaufen war. Ja. Toll. Da war der Dreckhaufen noch lieber. Ja, der war nicht so aktiv, ne? Richtig. Ne, klar, äh, geh da nur rein. Macht ja nix. Ist ja kein Problem, Scout. So. Guter Loot. Ja. Sieht auf jeden Fall so aus, wenn wir nicht auf die untere Ebene kommen. Untere Ebene? Ja, das ist ja irgendwie Wasser, was nicht mehr gefroren ist oder so. Da werden wir kaum reinkommen. So, meinst du, das könnte jetzt hier die untere Ebene sein? Vielleicht, ja. Wir werden es sehen. Wir werden es herausfinden wahrscheinlich auch. Boah, hinter uns schon wieder. Wir werden es jetzt nicht mehr gefroren, sondern wir werden es nicht mehr gefroren. So, oh, Türe, Türe, Türe. Dann gehen wir erstmal in die Türe rein, wahrscheinlich ist es wieder nur ein Raum, ne? Ähm, wo ist die Türe? Hier links. Achter. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es nur ein Raum. Oh, ist das denn schon wieder, ey? So, oh, da geht es auch nochmal weiter, ne? Oh, verdichtung, wie ich mich da begebe. So, aber es ist viel Loot hier gerade. Auch nicht schlecht. Tja. Ja, hier geht es in alle Richtungen halt weiter, ne? Was ist das Problem? Ja, ich schaue mal nach jetzt hier unten mal, weil ich bin ja ganz schlau bei was so Games und so angeht, ne? Ich bin ja sehr belesen. Ja, ja, bist du, das ist total belesen. Und, ähm, ja, da dachte ich mir, da könnte man das eventuell mal machen, dass man... Hier könnte es eventuell zu Ende sein auch. So, ah, hier unten kommen wir wieder zueinander. Okay. Das ist ja gut hier. Oh. Ich habe es extra nicht aufgemacht, um es dir mal zu zeigen. So ist es nämlich. Ich gehe mal gerade da oben hin, um mal meinen Loot einzusammeln. Ich habe dann mal einen Schlüssel benutzt, ne? Ja. Das war eigentlich auch der wahre Hintergrund, wo ich es gemacht habe. Aber ich bin wieder, du kannst ja auch deinen benutzen. Äh. Ich habe so viele Schlüssel, ey, und das ist das erste Tor. Ja, irgendwie schon. Hm. Na gut, wir wissen jetzt wenigstens, dass die dafür wirklich sinnvoll sind. Schwede. Ja, liebe Freunde, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr, das ist das heutige Thema, ob ihr schon mal auf einer LAN-Party gewesen seid. Also so eine richtige, jetzt nicht bei Kumpel im Keller oder so, sondern auf so eine richtig professionell organisierten LAN-Party. Und, ähm, ja, äh, ja genau. Schreibt doch das mal hinein. Oh, hier bei mir. Alter, wir, wir, wir blicken ja gar nicht mehr durch. Wie wirst du das denn mal? Oh, fuck, ich spring da stutt. Total wüst, ey. Total wüst hier. Wir müssen nochmal nach oben, da ist, glaube ich, nur ein Raum. Hier aber auch. Ah, hier geht's runter. Ah, hier geht's runter, okay. Gut zu wissen, beziehungsweise, naja. Ja, genau. Wir wissen, es geht weiter. Geh doch, du doch ruhig zuerst zur Tür, wenn du willst. Ah, 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 ah. Hier ist Key, ah, 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 ah. Er wollte mich ja unbedingt überholen. Ja, boah, das war wichtig, cool. Was denn? Gut, Levelaufstieg, weil ich war ja relativ down. Willst du mich wieder überholen, oder was? Bist du 13 geworden? Ja. Ja, toll. Ja. Da bist du auch 13, alles gut. Ja, trotzdem. Dammit. Schau. Was hier rechts ist? Also, das ist auf jeden Fall unten rechts, geht's weiter. Oh. Achso, das ist jetzt. Ein Schmied, ein Crafter. Aber warte mal, gibt's ja auch noch ein bisschen Learn, ne? Ich trau mich nicht. Ach, Learn ist, äh, interessant. Da kommen wir nur in dieses... Naja, so machen kannst alles und so, ja, ja. Was ist das denn? Ich trau mich nicht, da ranzugehen. Was ist das hier, Davy? Ja, ich komm jetzt. Ich bin ja erst mal ein bisschen am Looten. So. Ui. Ein Portal. Ja, ein Portal hier, innerhalb des Dingens hier. Okay. Vorsicht hier, du uns. Äh. Okay, ist ja auch nicht schlecht. Naja, hier sind wieder die Ratten, was eigentlich kleine... Mäuschen sind. ...Hähne sind. Kleine Hahns. Einige kleine Hahns. Einige kleine Hahns habe ich hier mitgebracht. Ich hätte gerne einen halben Hahns. Und davon bitte die Enhanced Edition. Ah, 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 ah. Ja, 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 genau. Scheiße, ich bin tot am letzten Hahns. Musst mir helfen. Ich muss mal ihn hier kaputt kriegen, damit ich dir helfen kann. So, ich mach die Kisten ja noch kaputt, ja? Nein! Schnell! Der letzte Hahns hat mich gekriegt. Der macht ja kaum Schaden und das von dem Töten, die hast... Ah, ja, ich war halt fast tot schon. Außerdem hat er mir voll ins Auge gepickt. Ja, echt? Nein. Nein. Harvest. Harvest. So, was machen wir denn da? Zum Beispiel das hier. Zack. Geht das denn nicht? So, 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 genau. Den hier rüber. Da, da. Ja, sicherlich. Sicherlich. Kann man sich sicherlich besser unterhalten, Scout. Äh, zack. Okay, den geht jetzt. Oh mein Gott, es geht ja hier wieder überall hin weiter. Ja, Wahnsinn, ne? Aber, liebe Freunde, für diese Folge war's das. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, gerne wieder. Bis dahin. Und tschüss. Schön, war.